Hallo, das absolute Schnee-Chaos ist in Köln ausgebrochen, wie ich meinen Körper wieder in Form bringen will, welche neue Produkte euch bei Clayt erwarten und warum wir nur für einen Tag in die Heimat gefahren sind und das vier Stunden lang erfahrt ihr jetzt in der neuen Fancy Vlogcast-Folge, dem Videopodcast, wo ihr das erzählte nicht nur hören, sondern gleichzeitig auch sehen könnt. Also eine Mischung aus Vlog und Podcast, ein Vlogcast eben. Und mittlerweile sind wir einfach schon bei der fünften Episode angelangt. Leute, ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt so lange durchziehe, aber durchziehen ist auch das Motto dieser Folge auf jeden Fall. Wenn ihr, by the way, nicht so der Videopodcast-Typ seid, könnt ihr den Podcast auch ganz einfach auf Spotify anhören und dann müsst ihr nicht mal ein Video dazu anschauen, sondern könnt einfach die Folge anhören, während ihr kocht, putzt, den Haushalt macht, Autofahrt, whatever. Also Link zu Spotify ist in der Beschreibung. Heute soll sich die Fancy Vlogcast-Folge hauptsächlich um das Thema durchziehen drehen. Ich habe ja in der letzten Fancy Vlogcast-Folge erzählt, wie meine Abnehmreise so war und danke auch, by the way, auch für das Feedback. Ich habe auch viele DMs dazu gekommen zu dem Thema, dass sie selbst strugglen. Also sehr, sehr nice. Vielen Dank, dass ihr euch die Folge angeschaut habt. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, ist hier oben verlinkt, könnt ihr euch gerne reinziehen. Da spreche ich quasi darüber, wie ich von 57 Kilo bzw. übergewichtig bis zu 57 Kilo mich runtergehungert habe, abgenommen habe, also quasi fast in der Essstörung gerutscht bin und wie ich dann daraus dann wieder jetzt gerade auf dem Weg bzw. mein Höchstgewicht von 82 Kilo erreicht habe. Und dieses Maximalgemicht muss jetzt natürlich wieder runter. Und ich muss euch eins sagen, ich bin höchst motiviert und war auch diese Woche höchst diszipliniert. Wirklich. Ich habe meine Routinen durchgezogen. Ich habe einen HG1 getrunken. Ich habe einen Kaffee morgens getrunken. Ich bin immer früh aufgestanden. Also mein Wecker hat immer so um 6.30 Uhr geklingelt. Das heißt nicht, dass ich unbedingt immer direkt aufgestanden bin. Aber ich wollte auf jeden Fall früher raus, um auch vor der Arbeit Sachen schon zu erledigen. Und das habe ich auch geschafft. Ich muss auch ehrlich sagen, das Schlafenthema ist so ein Ding. Also früher wollte ich oder bin ich immer irgendwie bis 12, 1 Uhr wach geblieben und habe mich dann trotzdem irgendwie versucht, rauszuquälen. Das ist auf lange Sicht gesehen einfach nicht sinnvoll. Und auch in der Schule ganz, ganz früher. Da habe ich vier Stunden gepennt. Kein Wunder, dass ich einfach in der Schule auch nicht richtig gut aufpassen konnte. Es fühlt sich wirklich für mich, ich musste mir das wieder antrainieren, komisch an, so um halb 10 Richtung Bett zu gehen. Das heißt, man schläft natürlich nicht um halb 10, aber man ist sich darauf vorzubereiten, dass man so um 10, halb 11 ins Bett kommt und beziehungsweise schläft. Weil anders geht es ja gar nicht. Also um 8 Stunden zu schlafen, musst du halt auch 8 Stunden vorher ins Bett gehen. Wenn dein Wecker um 6.30 Uhr klingelt, musst du quasi um 22.30 Uhr schlafen. Sonst sind es keine 8 Stunden Schlaf und du bist am nächsten Tag nicht fit. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich zum Beispiel rechtzeitig ins Bett komme, also so 10 Uhr rum oder keine Ahnung was, dann habe ich auch gar kein Problem morgens früh aufzustehen. Wenn ich aber wieder um 12 oder um halb 1 ins Bett komme und dann versuche um 6 Uhr aufzustehen, klappt das irgendwie gar nicht. Ich überhöre meinen Wecker. Allgemein, ich bin, was Wecker angeht, der schlimmste Typ überhaupt. Ich höre meinen Wecker einfach nicht. Und ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll, wie ich das ändern soll. Jetzt mit der Apple Watch geht es eigentlich, weil die vibriert jetzt an meinem Handgelenk. Das höre ich irgendwie mehr. Aber sonst, wirklich früher, ich überhöre Wecker, ich verschlafe Wecker. Keine Ahnung. Selbst wenn Licht an ist, kann ich dann weiter pennen. Ich drücke die weg und schlummer einfach nochmal eine Stunde weiter. Ich weiß nicht. Manchmal habe ich mir echt überlegt, es gibt jetzt so gehörlosen Wecker, da vibriert die ganze Matratze. Vielleicht ist das so ein Ding, was ich mir zulegen müsste. Aber wenn ich, wie gesagt, ausreichend schlafe, dann komme ich auch morgens raus. Das ist also dann eigentlich nicht so das Problem. Wenn ich dann morgens aus dem Bett rausgekommen bin, wie gesagt, Routine, LG1 rein, dann zack, ins Auto und los ins Gym. Ich war diese Woche einfach viermal im Gym. Viermal. Das war das letzte Mal. Keine Ahnung, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Das ist gefühlt ein Jahr her. Ich war am Montag im Gym, war auf dem Laufband, war Fahrradfahren, hab Krafttraining gemacht. War geil. Danach bin ich ins Büro gefahren. Richtig motiviert und auch richtig fit. Wirklich. Ich hatte richtig Tatendrang am Montag. Das hat mich richtig gepusht. Also liegt wahrscheinlich auch daran, weißt du, das war gut vielleicht auch wie ein bisschen für den Kopf. Allgemein Schritte und Sport führen ja auch einfach dazu, deine Mental Health zu verbessern, weil du halt Stress abbaust während der Bewegung. Und das hat mir wirklich, wirklich gut geholfen. Und am Montag, Junge, ich habe alles umgesetzt, die Tasks aus Winterberg, alles. Ich war high motiviert. Ich wollte alles umsetzen, alles schaffen. Und ich war auch ein bisschen zu motiviert, glaube ich, weil auch Freunde von mir beziehungsweise Arbeitskollegen haben halt dann einfach noch morgens geschlafen. Und ich habe halt noch, ich habe die Tasse gehämmert. Ich habe Feedback gebraucht. Ich habe da was gebraucht. Ich habe hier jenes gebraucht. Ich war einfach fit und ich hatte einfach Bock. Also das hat man schon gemerkt. Das Problem ist, wenn ich halt auch schon früher anfange zu arbeiten, dann müsste ich halt dann auch einfach auch wieder früher aufhören. Das habe ich am Montag zum Beispiel wieder nicht hingekriegt. Ich glaube, ich saß am Montag trotzdem, weil wir noch auch die Jahresplanung für Chris und sowas gemacht haben. Also für meinen Bruder. Ich mache ja da auch die Kamera und so. Und ja, die Orga, die Drehorga und alles so dahinter für seinen Influencer-Kanal. Er kocht ja erfolgreich. Ging es dann trotzdem, glaube ich, noch bis 21 Uhr oder sowas. Und dann wollte ich aber auch schnell wieder ins Bett, weil ich muss ja schlafen. Wirklich, die belächeln mich auch wirklich. Die sagen zu mir, hey, du kannst doch jetzt nicht um halb zehn schlafen gehen. Was soll die Kacke? Ist doch noch voll früh und was auch immer. Ja, aber ich will jetzt dieser strange Typ sein. Ich will dieser Typ sein. Ich habe für mich wirklich auch gesagt dieses Jahr, ich muss wieder mehr auf mich selber hören, auf meinen Körper hören. Ich bin einfach die höchste Priorität. So. Mein Körper ist die höchste Priorität, dass es mir gesundheitlich gut geht, Mann. Das ist das Wichtigste. Gesundheit, egal was, ich habe wirklich, ich habe das über die letzten Jahre echt gelernt auch, egal was ist, egal wie viel Geld du hast oder keine Ahnung was, Gesundheit ist das Wichtigste. Und Gesundheit holt dich immer wieder ein. Junge, denkst du, ein scheiß Mark Zuckerberg, wenn er Krebs hätte, würde es ihm jucken, ob er mir ja der wäre? Ein Scheiß, Alter. Der würde dafür alles tun, um diesen scheiß Krebs zu besiegen. Also wirklich, geht nicht. Ihr habt nur diesen einen Körper. Und ich muss es mir auch dieses Jahr wieder viel mehr ins Gedächtnis rufen. Ihr habt nur diesen einen Körper. Aber kümmert euch um den. Er soll euch ja wenigstens mal, keine Ahnung, 80, 90 Jahre lang durchs Leben tragen. Also dürft ihr den auch gut, auch instand halten, wie ein Auto. Auch mal einen Ölwechsel. Auch mal sich einrenken lassen. Und keine Ahnung was. Das mache ich jetzt auch, by the way. Ich gehe zum Chiropraktiker demnächst und mache so eine, ja, wie hat es mein Bruder gesagt, Instandhaltung oder Workseinstellungen zurücksetzen, dass man halt wieder ganz fit ist. Dass man wieder gelenkig wird, weil man durch den ganzen Alltag und durch das Sitzen und alles drum und dran wird alles so verspannt und verknackst und keine Ahnung was. Vor allem bin ich extrem unbeweglich geworden nach der Boxverletzung und so. Also da muss man wieder einiges in Form gerümmt werden. Aber wir sind ja auf dem Weg der Besserung. Montag im Gym gewesen, Dienstag war ich auch im Gym, aber da habe ich nur Cardio gemacht, kein Krafttragen, weil ich Muskelkater hatte. Also bin ich wieder Fahrrad gefahren und gelaufen beziehungsweise Schritte gesammelt auf dem Laufband. Und ich fahre gerade ungefähr so 10 Kilometer mit dem Fahrrad. Ist jetzt, glaube ich, nicht das meiste, aber es verbrennt halt trotzdem so 400, 500 Kalorien so. Und kleine Schritte, kleine Erfolge sind geil. Ich habe auch mein Kalorienziel hochgestellt von 300 Kalorien pro Tag nur durch Bewegung und jetzt auf 450. Habe ich auch erreicht und jetzt werde ich es nächste Woche auf 550 stellen beziehungsweise auf 600. Mal gucken. Aber dass man sich stetig und konstant verbessert und dann auch die Ziele erreicht. Also keine Ahnung, du kannst ja natürlich, ich kann mir jetzt auch 1000 Kalorien als Ziel setzen. Es würde mir aber viel schwerer fallen, das zu erreichen und ich müsste viel größere Sprünge machen oder Schritte machen, um das zu erreichen. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, wir machen immer kleine Steps. 150 Kalorien mehr, 200 Kalorien mehr durch Bewegung, dass ich das auch erreichen kann. Und so bleibe ich auch motiviert. Immer wieder das Ziel setzen. Immer wieder neu. Und am Dienstag, also haben wir auch dann schon Sachen vorbereitet für den Clate-Geburtstag. Clate wird einfach vier Jahre alt. Unser Unternehmen wird vier Jahre alt, als wir das 2020 gegründet haben. Hätten wir nicht gedacht, am 24.01. by the way, nicht gedacht, dass es entsteht. Ja, wirklich geisteskrank. Clate wird vier Jahre alt und wir haben noch, ich leake es jetzt einfach, eine richtig geile Klammer geshootet. Es kommt zum Valentinstag was richtig Schoxen raus und zwar eine Herzchenklammer. Das war das erste Mal, dass wir es geschafft haben. Also wir haben ja normalerweise bunte, wilde Muster auf unseren Klammern, also farbige halt einfach. Und jetzt haben wir das erste Mal geschafft, Symbole auf eine Bioacetat-Klammer drauf zu kriegen. Und passend zum Valentinstag die kleinen Herzchen. Wirklich, die sind super süß. Seht ihr jetzt auch getragen von Carina und von Selina. Supergeil. Das wird richtig toll. Ich muss aber ehrlich sagen, der Januar bisher bei Clate ist echt ziemlich tot. Also Januar, müsst ihr euch vorstellen, beim E-Commerce ist wirklich der schwächste Monat von allen. Außer man hat einen Winter Sale drin liegen, was wir allerdings jetzt dieses Jahr nicht haben. Aber wir haben ja noch den Birthday Sale am Donnerstag, by the way. 44% Flash Sale auf alles. Ja, gut. Wenn ihr die Folge hört, war das schon. Aber egal, es wird auf jeden Fall auch einen Valentinstag Sale geben. Also stay tuned. Wie gesagt, wir haben alles Mögliche bei Clate. Tragt euch in den Newsletter ein, dann verpasst ihr kein Angebot mehr. Link dazu, ist gerne in der Beschreibung auch zu der Clate-Website, auch zum Newsletter. Wir haben sogar einen WhatsApp-Broadcast eingerichtet für Clate. Das habe ich eingerichtet diese Woche. War richtig cool. Ihr könnt theoretisch jetzt auch auf WhatsApp uns joinen, also in dem WhatsApp-Broadcast und da alle News rund um unser Unternehmen quasi live und up-to-date mitbekommen. Ich verlinke es auch einfach mal in der Videobeschreibung. Da kommt ihr auf jeden Fall drauf. Und ja, Januar ist tote Hose. Also auch von Umsatz her. Macht ungefähr Januar so 2-3% vom Jahresumsatz aus. Ist jetzt hier nichts. Also man könnte theoretisch halt auch eigentlich im Januar auch geil Urlaub machen so als Geschäftsführer und so. Aber wir haben halt uns das Ziel gesetzt halt nochmal zu wachsen, nochmal mehr Umsatz zu machen dieses Jahr als im Jahr zuvor. Und da muss halt rangeklotzt werden. Deswegen stellt man halt im Januar die Weichen. Wir machen neue, wir haben jetzt einen neuen Newsletter. Wir haben einen neuen WhatsApp-Broadcast. Wir haben bis jetzt nächste Woche wahrscheinlich eine neue Stelle. Das sind alles so Sachen, wo wir versuchen, uns zu verbessern. Jetzt im Januar, aber wenn es noch mehr Zeit ist dafür, wenn es ruhiger ist. Wir haben einen Birthday, den wir vorbereiten müssen, den vierten Jahrestag sozusagen und dann natürlich auch den Valentinstag Sale. Deswegen All Eyes auf 2024. Deswegen darf man sich jetzt auch mal nicht so viel Urlaub gönnen. Am Mittwoch haben wir jetzt dieses Jahr eingeführt, dass wir Homeoffice machen. Also beziehungsweise unsere Mitarbeiter, alle Mitarbeiter haben Mittwoch den Homeoffice-Tag bekommen, weil wir dann uns dafür entschieden haben, dass wir als Creator, weil wir sind ja nicht nicht nur Unternehmen oder E-Commerce und haben nicht nur einen Online-Shop, sondern sind ja auch auf Social Media aktiv und haben wir gesagt, weil das halt dann schon immer viel Zeit braucht und halt auch sonst ein bisschen ablenkend ist, wenn Mitarbeiter da sind und auch Tasks noch irgendwie zwischendrin gemacht werden müssen für ihren Shop, haben wir gesagt, Mitarbeiter haben Homeoffice und wir produzieren zum Beispiel die Koch-Videos, Videos für mich oder auch wenn Carina hier im Büro drehen möchte, kann Carina Mittwochs hier auch drehen. Und wir haben für Chris eine italienische Woche gemacht, also richtig geile Sachen, Buschetta, ich weiß gar nicht, was alles noch, so Ochsen, nee nicht Ochsen, hier Rinderscheiben, keine Ahnung was alles, dann eine geile Pasta, könnt ihr euch alles anschauen, kommt bei Chris auf dem Kanal online, der Typ ist einfach ein Zauberer, war alles super lecker und hat besser geschmeckt, finde ich, wie bei den meisten Italienern, keine Ahnung. Und da haben wir eigentlich gedreht und haben auch für mich Videos gedreht und währenddessen ist aber auch Köln einfach im Schneechaos versunken. Und ich bin es sehr gewohnt oder wir sind es sehr gewohnt von früher, auf dem Dorf beziehungsweise auf dem Land, keine Ahnung, bei uns hat es immer geschneit früher. Also wir hatten auch mal, keine Ahnung, 10, 15, 20 Zentimeter Schnee, da haben die Räumfahrzeuge alles weggeräumt, dann war das okay, Schnee war für uns nichts Neues so. Aber seit wir in Köln wohnen, also die Kölner kennen keinen Schnee. Wenn hier es mal schneit und wirklich, es hat schon lange nicht mehr so krass geschneit wie jetzt, zum Beispiel jetzt am Mittwoch, da hat es glaube ich keine Ahnung, 20 Stunden durchgeschneit, ist hier in Köln komplettes Chaos. Die drehen hier durch. Da verlegt alles lahm. Bahnen fahren nicht mehr, Autos machen nur noch Unfälle, Straßen werden nicht geräumt, es wird nicht gestreut, gar nichts. Das ist wirklich Chaos. Und jetzt ist es immer witzig zu sehen und ich hatte dann aber auch, weißt du, das ist auch wirklich scheiße anstrengend, dann da zu fahren und wenn du da durch die Straßen gehst, Alter, alles ist Chaos. Und auch abends, wo wir dann nach Hause gefahren sind, hatten wir auch Übelschiss. Also es war echt ein komisches, es war eine komische Heimfahrt. Alle haben übel langsam getan und wir hatten auch wirklich Angst, dass unser Wochenende quasi ins Wasser fällt. Aber wir haben trotzdem mal gepackt, denn mein Vater wurde 60 Anfang des Jahres und er hat am Wochenende dann seinen Geburtstag gefeiert und eigentlich wollten wir donnerstags losfahren, aber durch die Schneekars haben wir dann gesagt, nee Alter, hey, wenn jetzt gerade jetzt schon Mittwoch so alles am Rad dreht, denn Donnerstag geht auf gar keinen Fall. Wir können da nicht fahren, wir verschieben es auf Freitag. Freitag war auch der Geburtstag, wir fahren auf jeden Fall Freitag. Das Problem war nur, dass Carina zum Beispiel eine Kooperation hatte in Frankfurt und musste dann mit Madi dann einfach schon einen Tag früher nach Frankfurt anreisen und hat dann da die Kooperation gemacht quasi, hat da übernachtet und wir haben sie dann am Freitag abgeholt. Ich und Chris hatten quasi am Donnerstag dann noch einen Männer-Männertag. So, wir haben gearbeitet, haben dann im Büro gechillt, haben uns was zu essen geholt und waren dann beim Shawarma-Mann und haben uns dann Shawarma geholt. Ich habe Shawarma noch nie gegessen davor. Das kenne ich erst seit Köln, das ist ja eigentlich quasi Hähnchen, so im dünnen Fladen. Ich weiß gar nicht, aus welchem Land genau das kommt. Kommt zu Kai, aus Syrien, I don't know, aber es schmeckt extrem lecker. Haben wir uns geholt, haben uns dann ins Büro gechillt, haben nach dem Arbeiten dann noch gezockt. War cool. Ich und Chris, wir sind Brüder, wir haben die gleichen Interessen und ich habe mein Auto auch in der Tiefgarage geparkt, weil ich am Morgen, bin ich quasi fast nicht losgekommen, weil ich eingeschneit war am Donnerstag, habe ich es dann in der Tiefgarage geparkt, weil ich musste halt eigentlich morgens wieder hinfahren ins Kleidbüro, weil wir noch Content-Tag hatten und eigentlich Content für die Woche darauf vorbereitet haben quasi. Davor war ich natürlich im Sport, darf man nicht vergessen, klar, viermal im Sport. Ich weiß nur noch kurz mal erwähnen, ich war viermal die Woche im Gym, diese Woche. Aber kurz bevor es weitergeht, ich weiß, dass viele von euch, die die Vlogcast angucken, den Kanal noch nicht abonniert haben. Drückt hier unten einfach auf das Abonnieren, ist kostenlos und dann verpasst ihr keine fancy Vlogcast-Folge mehr. Ist für euch super einfach und bedeutet mir die Welt, also macht es doch einfach gerne jetzt und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Vlogcast-Folge. Dann habe ich bei Chris übernachtet, weil wir ja dann am nächsten Tag losgefahren sind, Richtung Frankfurt, die Girls abzuholen und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Am Freitag war dann auch wieder das größte oder das gröbste Chaos einfach weg. Wir haben dann einfach zwei Stunden nach Frankfurt gebraucht, glaube ich, und dann nochmal zwei von Frankfurt nach Hause. Haben dann kurz einen Zwischenstopp gemacht bei meiner Mutter. Unsere Eltern sind ja geschieden, beziehungsweise auch die Eltern von Carina, also meiner Schwägerin, sind geschieden. Das allen immer recht zu machen an einem Ding, ist echt schwierig. Also jeder, der Entscheidungskind ist, weiß, dass man immer auf verschiedenen Hochzeiten gleichzeitig tanzen muss. Das ist ein Orga-Ding, das ist ein richtig großes Orga-Problem. Auf jeden Fall, waren wir da mit meiner Mutter kurz, haben da kurz einen Gefäßspot oder Kaffee und Kuchen gemacht, weil eigentlich haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich nichts. Meine Oma war auch da. Ohne Witz, jeder kennt Omas, oder? Ey, wenn du zu einer Oma sagst, ja, nö, wir brauchen nichts, dann kommt ihr einfach rein mit vier, fünf Tüten, auch mit Kuchen und Co. Und ja, das ist die Definition von wir brauchen nichts. Dann haben wir noch Kaffee und Kuchen gemacht mit denen und sind dann am Abend auf den 60. Geburtstag von meinem Vater gegangen. Mein Vater hat sogar selber das Essen gemacht, bis auf die Haxen. Vom Geburtstag selber fand ich krank. 60 ist er geworden, auch schon alt, wir werden alle älter, finde ich auch krank. Mein Vater hat einfach 16, das ist schon weird, ne? Ich finde allgemein so, also je älter man wird, desto weirder wird es irgendwie. Ich gehe morgens zur Arbeit, dann arbeite ich, bin happy hier, so, dann mache ich, dann trainiere ich jetzt, um irgendwie meinen Körper wieder in Form zu kriegen, um meine mentale Gesundheit wieder in Schuss zu kriegen. Aber ich sage es auch ehrlich, ich bin auch lieber daheim. Ich freue mich einfach auch auf zu Hause zu sein und einfach mal nichts zu machen. Und auch mal an einem Freitagabend einfach zu Hause zu sein und zu chillen, ist manchmal für mich erfüllender, als unbedingt jetzt nochmal saufen zu gehen, Party zu machen und keine Ahnung was. Ja, wachsen werden ist komisch. Ja, anyway, man hat es auf jeden Fall gemerkt. Ich fand es cool, als wir da waren, weil der Geburtstag war dann einfach wieder so ein kleiner Reset. Ja, mein Vater ist Privatier jetzt, also ein bisschen mehr als seine Frührente gegangen und ich fand es so, das war so wieder, immer wenn wir nach Heidenheim fahren beziehungsweise allgemein auf so Events gehen, also Geburtstage von Familie und Co., da bleibt mal kurz die Zeit so stehen, wisst ihr, weil das war eine urigen Hütte so, man hat Spaß gehabt, man hat da getanzt, man hat so die Sorgen vergessen, kein Mensch hatte an dem Abend zu sorgen und es ging halt nicht um irgendwelche urbanen Themen oder um Influencer oder Karriere oder keine Ahnung was, sondern da hat man einfach kurz Spaß, man entflieht so dem Alltag und man hat da einfach keine Sorgen gehabt, fand ich schön, fand auch schön, wie glücklich man vorne war, allgemein auch, finde ich es cool, dass, also ihr seht jetzt auch gerade zum Beispiel tanzen mit meiner Stiefmutter, ich finde es cool, also dass meine Eltern quasi wieder, auch wo sie geschieden sind, wieder neue Partner gefunden haben. Also so im Nachgang betrachtet, finde ich sich scheiden zu lassen überhaupt nicht schlimm. Also als Kind fand ich das extrem schlimm, ich habe da so gesagt, ja, mein Papa fehlt, warum wo ist Papa, keine Ahnung was, also als der ausgezogen ist, ich will den wieder zurückhaben, dann denkt man halt halt immer irgendwie, die kommen dann wieder zusammen und dann wäre die Zeit natürlich besser oder keine Ahnung was, aber jetzt so im Nachgang, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass mein Vater und meine Mutter gerade jetzt in dem Augenblick zusammen wären, das wird gar nicht passen und die haben dann einfach nicht gematcht und die haben es dann halt wenigstens irgendwann mal begriffen, aber halt vielleicht ein bisschen zu spät, weil Kinder und Heirat und Co, ne, aber die haben es irgendwann begriffen, hey, das passt gar nicht, Alter, das passt nicht und wir müssen das ändern und ich finde jetzt zum Beispiel die Partner jetzt, die neuen, also mein Stiefvater und meine neue Stiefmutter, die passen viel besser zu meinen Eltern, als sie selber zusammengepasst haben und deswegen sage ich heute auch, wenn sich Eltern scheiden lassen und ich glaube deswegen ist die Scheidungsrate auch so hoch, seht es mal nicht als so großes Problem, man gibt den neuen Partnern auch Chancen, weil im Endeffekt wollen eure Eltern auch einfach nur glücklich sein und wenn dieses Glück dann in einem neuen Partner finden, dann ist das vollkommen fein, dann ist das toll und dann muss man das auch so akzeptieren, klar muss man mal, es gibt immer Drama bei Scheidungen und Co, Familie ist immer nicht einfach, aber mittlerweile finde ich Scheiden nicht mehr so schlimm, wie ich es früher mal fand, also ich bin happy, wenn die happy sind und die sind auf jeden Fall gerade happy, so am nächsten Tag dann morgens aufgestanden, natürlich keinen Gym zur Hand gehabt, aber trotzdem, wieder Sport gemacht Leute, ihr seht, Disziplin ist key, ja, ich bin aufs Fahrrad gestiegen von meiner Mutter, hab den letzten Flockers angeguckt und bin einfach Fahrrad gefahren, weil ich gedacht habe, ja, wir müssen weitermachen, wir müssen durchziehen, zack, 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 ja, fünf Tage Sport die Woche, was denn? und hab dann verdient, natürlich auch den Samstag noch entspannt, hab dann Bundesliga geschaut, FC Heidenheim hat 1 zu 1 gespielt, leider, gegen Wolfsburg hätten auch gewinnen können, locker easy, und wir haben uns dann entschieden, auch dann gleich einen Tag später wieder nach Hause zu fahren, eigentlich hatten wir geplant, bis Sonntag zu bleiben, aber keine Ahnung, es ging nicht wirklich was, dann haben wir gesagt, komm, wir fahren am Samstag direkt wieder heim und das haben wir dann auch gemacht, haben auch gefestspert, ich weiß auch nicht, warum Vespern tue ich irgendwie nur, wenn ich in der Heimat bin, sonst, ich weiß auch nicht wieso, ist eigentlich voll geil so, aber eigentlich, Vespern ist jetzt nicht gerade wirklich gesund, man haut sich Butter rein, Wurst rein, alles übel fettig, Seidenwürstchen hier, Fleischkäse da, Fleischsalat noch obendrauf extra, als Kruste so gefühlt, also kann man mal machen, ist geil, aber so auf lange Sicht macht das wenig Sinn, also ernährungstechnisch, aber es schmeckt halt super lecker, haben wir das gemacht, sind dann heimgefahren nachts, ich bin ein bisschen gefahren, mein Bruder ist ein bisschen gefahren, klingt eigentlich auch ziemlich gut, dreieinhalb Stunden haben wir heimgebraucht, ich hatte ein bisschen Schiss, um ehrlich zu sein, wegen Glätte und Co., aber war eigentlich gar kein Thema, und dann habe ich noch ein Paket bekommen, habe das ausgepackt, habe mir was bestellt, weil ich so unglaubliche Nackenspratzen hatte, ich habe mir ein Blackrock-Kissen bestellt, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, ich fand jetzt diese Nacht, ich habe es jetzt eine Nacht getestet, mir geht es gut, aber ich glaube, ich habe halt irgendwie, mich mal verlegen, beziehungsweise ich weiß eigentlich, warum ich so Nackenspratzen habe, weil ich mich mal komisch bewegt habe, deswegen will ich auch zum Chiropraktiker und mich mal wieder einrenken lassen, dass das mal wieder in den Griff gekommen wird und beziehungsweise allgemein auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber ich bin stolz auf mich diese Woche und das ist auch mal, kann man sich auch mal wieder selber sagen, sei mal stolz auf dich selber, Junge, vier oder beziehungsweise fünf Tage habe ich Sport gemacht, wie davor, glaube ich, ein Jahr überhaupt nicht, das finde ich geil und so soll das nächste Woche auch weitergehen, ich bin gespannt, ich bin heute Morgen auf die Waage auch gestanden, war irgendwas mit 80, zwei oder so, wir knacken die 80 wieder, Under 80, Jungs und Mädels, falls ihr das nicht verpassen wollt, wie ich die 80 knack, dann abonniert auf jeden Fall jetzt den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns auch schon nächste Woche wieder, denn meine Woche ist somit auch schon wieder vorbei. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, ich möchte der beste Vloghaster Deutschlands werden, schreibt es gerne in die Kommentare rein, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr irgendwas wisst, was ich besser machen kann, lasst es mich wissen, es war mir eine Ehre, Tschüss.